Wäre auch ein anderer, ein langsamerer Weg, wie in etwa Günter Grass und andere gefordert haben, kritische Stimmen forderten, einen langsamen Übergang möglich gewesen? Oder eben die Befürchtung, die arrangieren sich wieder, die stabilisieren sich wieder und es bleibt im Grunde genommen alles beim Alten mit ein bisschen mehr Sozialismus, mit menschlichem Antlitz? Also, wenn ich von mir selber ausgehe, ich habe bis Weihnachten 1989 diese Vorstellung gehabt, lass uns einen langsameren Weg gehen. Wir brauchen eine Übergangssituation. Die DDR-Wirtschaft ist gar nicht in der Lage, sozusagen von einem auf den anderen Tag transportiert zu werden in dieses westdeutsche Wirtschaftssystem. Das ist schlicht unmöglich, weil es führt zu einem Kollaps und die Folgen, die kann man ja überhaupt nicht berechnen. Und man sieht ja heute, wie hoch die Arbeitslosigkeit in den neuen Bundesländern ist. Das ist ja auch Ergebnis eines verhältnismäßig schnellen Übergangsprozesses und des Wechselkurses, der in der Währungsunion beschlossen worden ist. Mit diesem Wechselkurs sind natürlich auch die Schulden 1 zu 1 bzw. 1 zu 2 übertragen worden. Und das ist eine denkbar schlechte Startsituation für die DDR-Wirtschaft gewesen und natürlich für die Arbeitsplätze, die daran hingen. Deshalb, das haben wir alles diskutiert, waren wir der Überzeugung, wir müssten eigentlich einen langsameren Übergang schaffen in ein gemeinsames Deutschland. Aus der heutigen Sicht muss ich sagen, dass es politisch wahrscheinlich die richtige Entscheidung war, die der Bundeskanzler damals getroffen hat, den Prozess zu forcieren, die deutsche Einheit so schnell wie möglich herzustellen und die internationalen Verhandlungen in 2 plus 4 auf den Weg zu bringen, um eben die deutsche Einheit als historische Chance realisieren zu können. Viele Leute in der Opposition, auch in meiner Partei, in der Sozialdemokratie, sehen das, glaube ich, heute auch so, waren aber damals eher anderer politischer Meinung. Das hängt vielleicht auch mit der Grundkonstellation in der Demokratie zusammen, dass derjenige, der exekutive Vollmacht hat, also gewählt ist, Politik zu machen, eine andere Herangehensweise hat als derjenige, der in der Opposition sitzt und einen Prozess eher kritisch, eher alternativ diskutiert. Und möglicherweise war man in dieser Oppositionsrolle damals gefangen und hat nicht diese historische Dimension in ihrer vollen Tragweite begriffen. Aber ich will da irgendwie nicht mit Dreck schmeißen auf irgendjemand, weil ich finde, das ist ungerecht. Auch dieses historische Sich-ins-rechte-Licht-Setzen bringt ja eigentlich verhältnismäßig wenig. Kohl hat da seine Verdienste, das muss man uneingeschränkt zugestehen. Aber das sind natürlich Verdienste, die auch ihre Reibungsflächen erzeugt haben. Ich habe schon die wirtschaftliche Situation in den neuen Bundesländern angesprochen. Da war wirklich, und das sagen ja alle Wirtschaftsleute, eine bestimmte Form von Übergang nötig. Die ganzen Ostmärkte sind von einem auf den anderen Tag weggebrochen. Das in seiner Tiefe zu durchschauen, das hat, glaube ich, Kohl auch nicht getan. Ihm ging es um die außenpolitische Chance der deutschen Wiedervereinigung, außenpolitisch realisierbare Chance und natürlich um die innenpolitische Dimension und den breiten Willen in der ehemaligen DDR-Bevölkerung, die deutsche Einheit hinzubekommen. Aber das, was sozusagen die eigentlichen Lebensbedingungen mittel- und längerfristiger Art bedeutet, das war damals nicht zentrales Thema. Das muss man schlicht sagen. Und diejenigen, die das versucht haben zu thematisieren, sind natürlich als die Nörgler beschimpft worden und diejenigen, die ohnehin nur etwas gegen den historischen Kanzlerschritt da tun wollen. Was ist das? Die Nörgler beschränkt worden, dass die Nörgler beschränkt, die Nörgler 우리는 mit dem Schocken der Die Nörgler beschränkt. Vielen Dank.